Es gibt immer ein Pro und ein Contra. Mal ist es sonnig, mal stürmig oder kalt. Ich muss mich also fragen, was ich will. Und ich sage euch, ich will alles. Im Sommer laufe ich oder fahre mit dem Rad, um diesen Körper zu formen. Wenn es kalt wird, fahre ich Bus und Bahn. Und wenn ich mal ein Auto brauche, dann leihe ich mir eins. Denn Mischen ist Possible. Mischen ist Possible. Auch du schaffst den Spagat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017